So liebe Genossinnen und Genossen, damit ich mich noch ein bisschen besser in das Spiel eingrooven kann, begrüße ich euch heute ganz im Sinne der Ideologie mit einem lieb gemeinten Truschpa. Wir befinden uns noch immer auf der Red X Konferenz in Newport und wollen natürlich vor laufenden Kameras einen pro-kommunistischen Vortrag halten. Die beiden Kapitalistenschweine hier finden das nicht ganz so witzig, Best Buddies werden wir nicht mehr, aber sie können es nicht verhindern. Jedoch gibt es noch ein paar kleine Hürden, wie zum Beispiel die fehlende Leinwand und da müssen wir heute ansetzen und die erste Idee ist, wir reden mal mit dem Setmanager, denn das ist verdammt nochmal seine Aufgabe, ne? So, bitteschön. Jo, frag nach der Leinwand. Ja, also. Okay, wunderbar. Und dann fragen wir auch noch nach der Übertragung. Ja, doch. Na gut, dann machen wir das. Okay, wir haben ja jetzt die Leinwand. Und die können wir auch hier oben direkt einbauen. Also gut, dafür hatten wir ja diesen Schalter hier, ne? Dann kommt auch der kleine Zwerg dran. Perfekt. Jetzt stimmt die Höhe nicht ganz. Wunderbar. Und wir können loslegen. Okay, machen wir das mal schnell. Also. Das Ding nehmen wir wieder. Jetzt stellt sich die Frage, ob es um die Reihenfolge geht oder sogar um die Auswahl. Ich würde fast mal behaupten, es geht um die Auswahl. Das bringt uns hier nicht so viel. Die Flagge ist schon mal ganz gut. Die nehmen wir auf jeden Fall rein. Ich würde sagen, wir nehmen keine Kindheitsbilder mit rein. Auch wenn er hier diesen Stern baut. Dann 1943 war vor 1945. Das lassen wir mal beides drin. Der Generalsekretär, Vater der Nation, der Generalsekretär, Vater der Nation, das sieht doch schon mal gut aus. Was haben wir hier noch? Frau auf Traktoren. Äh, Frauen auf Traktoren. Also ich würde sagen, die Geschichte hier mit der Familie lassen wir auch raus. Wir schieben das mal ein bisschen zusammen. Nehmen das Bild von 1950 noch mit rein. Und probieren unser Glück noch mal. Ach so, Moment. So. Oh, falsche Reihenfolge. Ja, fängt ja natürlich vorne an. Oh, okay, das haben wir noch gar nicht. Ich dachte, das hätten wir. Also, wenn das Publikum mich ausgut, habe ich wohl alles richtig gemacht. Äh, sind ja auch alles Kapitalisten hier. Gehen wir noch mal zum Grammophon. Nehmen noch mal diese Schallplatte. Ja, nun. So. Dann. Nehmen wir jetzt diese hier. Laufrichtung ist, glaube ich, korrekt. Geschwindigkeit. Gehen wir einfach mal in die Mitte. Und probieren es noch mal. Klingt doch ganz gut. Also, rede. Gehen wir noch mal zum Rednerpult. Das ist schon mal nicht ganz verkehrt von der Idee her. Wo habe ich meine Noten gelegt? Äh, nur einen Moment. Okay. Hier, Redemappe. Ich habe ein tolles Buch über Präsentationen gelesen, die gesagt hat, dass man sich an seine Noten schauen sollte, bevor man eine Gespräche beginnt. Ha, genius. Kein Wunder, dass es ein Bestseller war. Okay, dann machen wir das. Gucken das Ding mal an. Comic-Heft. Rede. Okay. Uhau. Ähm, was können wir machen? Hier. Ein Comic geschrieben für den Wettbewerb. Wenn ich die Welt retten könnte. Von Evan Kowalski. So. Sieben Seiten müssen wir irgendwie sortieren. Und erstmal müssen wir gucken, was hier überhaupt Masse ist. Also irgendwie kommt ein Komet. Die Freiheitsstatue hier hat den Kommunistenstern in der Hand. Und scheint damit den Kometen abzuwehren. Ich denke, das bringen wir mal hintereinander. So. Zur Hilfe, roter Stern. Der rote Stern wird also gerufen. Müsste also zeitlich hier vor sein. Was haben wir denn noch? Großer Anführer, rette uns. Glaube. Also gucken wir mal. Wir fangen mal vorne an. Hier. Oh nein, das Ende ist nah. Ich glaube, da entdeckt er tatsächlich den Kometen. So. Dann. Dann, dann, dann. Nur der große Anführer von Matryoshka kann uns retten. Die Erkenntnis. Okay. Und wir holen dann den roten Stern ab, nachdem wir bei ihm waren. Und ihm einen Burger dafür geboten haben. So. Dann. Nehmen wir den roten Stern mit. Bauen ihn an die Freiheitsstatue. Die wehrt den Kometen ab. Und wir haben Verständnis zwischen den Nationen erlangt. Und somit Weltfrieden. Macht das Sinn? Oh ja. Ja, ich habe es geschafft. Und mein Lehrer sagte, ich hatte kognitiv Probleme. Ah ja, gut. Jetzt müssen wir natürlich auch den Vortrag halten, ne? Guten Morgen, Kameraden. Die, die im Studio und die, die nach Hause sehen. Wenn du denkst, woher habe ich diesen dämpferen Mann vorher gesehen? Dann warst du vielleicht in Booniesville, einige Tage vor. At der Hasp-Manufacturer-Konferenz. Ja. Wo ich über die Verantwortung der Arbeitgeberklasse in der Entwicklung einer Einzelklass-Sosieheit ein bisschen über mich. Mein Name ist Evan Kowalski und ich bin der Editor-in-Chief des Daily Worker Monthly. Ach, bei der Worte, ich würde sehr empfehlen, eine Subscribe-Konferenz zu kaufen. Was auch sonst? In fact, Communism is the best. Boo! Boo! There is no room in our country for Communism. Shut your commie mouth, Evan. Get lost! Now, gentlemen, there's no need to get angry. Are you telling our viewers that poor people shouldn't have more money? Do you hate the poor? Are you against the idea that every human being is equally important and entitled to a fair chance? Are we not all humanitarians? I won't be part of this farce. And there, you see? He runs away using his costly running shoes. Do the poor not deserve to run? I wonder if one of my other colleagues will engage me in a debate. I'm interested to see how they will claim that education, culture, and industry is not in our common national good and how every citizen should not have the same equal rights to reap their benefits? Enough! Ha! See? That's what I thought. No one's brave enough for such a challenging discussion. Okay, then. Let's move on to the powerful beacon that is beautiful Matryoshka. Located just behind the Iron Curtain between the Capitalist Union and the Socialist Alliance. Boo! Get off the stage! Matryoshka serves as a shining example of communism done right. Get off the stage, commie! Boo! All glory and honor belongs to the leader who infallibly and confidently leads his nation towards a bright future. Boo! It's out! Get out of here! Before I burn the building down! I'm picking up on a little tension in the room. So, uh... How about a joke? Uh... What would we have in the States if we didn't have Capitalism? Everything! Oh, der war flach. Ei, ei, ei. Läuft. Na? I'm at a meeting of the party. Yeah, clock. Glory to Matryoshka, comrade leader. Ah, Major Orlova. How's your vacation at Uncle Sam's? More fruitful than ever. Please turn on the Capitalist channel, comrade leader. What the hell? Comrade leader. I see you found me a very interesting souvenir. Bring him to me at once. Yes, comrade leader. For the glory of Matryoshka. 59 Minuten, er zieht's durch, um Gottes Willen. In the leader's heart. Uh, in conclusion to this undoubtedly illuminating speech, I will tell you, comrades, my greatest wish, that one day our nations will join together and Gustav, I mean, uh, march together in the one true direction towards a stronger state joined together with Matryoshka. Stop the program! Boo! Boo! I thank you, comrades, for your attention and I wish you a good day. Jawohl, ja. Okay, das war's. Mir wird jetzt klar, warum das Spiel den Untertitel from Matryoshka with a love hat, denn die gute Orlov, die kommt von Matryoshka und die soll ihn jetzt holen und wahrscheinlich irgendwie mit Liebe um den Finger wickeln. Ja, reden wir nochmal mit ihm, wenn wir schon gerade hier sind, bevor wir gehen. Wir wollen nochmal wissen, wie er es gefunden hat. This is an outrage, Mr. Kowalski. Thank you. I mean, I know political discourse can become disagreeable, but to throw perfectly good fruit at a man for his views is an unconscionable breach of common courtesy. I was talking about your presentation. Now then, please get out and never come here again. Ah, one more thing, we'll send you the cleaning bill. What? Well then, I'll expect you to deliver the tomatoes with it. I'll make ketchup. Goodbye. Okay, so. Böner Fremder. Ah, da steht sie, würde ich mal sagen. Wunderful presentation. The matryoshkin authorities are impressed with your work. Uh, oh, thank you, miss, uh, I'm Anna. Anna Igloff. Na klar. I'll contact you once you get home. In case of any emergency, this envelope will help you contact me. We'll meet again soon. Comrade, even. Anna, authorities, envelope. Wait, what? Okay. Können wir eigentlich gehen, ohne das Telefon mal benutzt zu haben? Nee, ne? 5, 5, 5, 4, 3, 5, 7. Brauchst du Hilfe? Ruf mich an, Mama. Einfach mal gucken, was passiert. Hello? It's me, Mom. Evan, get out of there and come back home, before you get hurt. Okay, Mom. I'm on my way back now. Bye. Okay. Also, es ist immer die Frage, ob ich natürlich Hilfe bekommen möchte, aber auf der anderen Seite könnte das auch witzig sein, das Telefon hin und wieder zu benutzen. Jetzt bekomme ich natürlich keine Hilfe mehr, denn ich habe ja schon alles hier irgendwie gemacht, ne? Insofern, gehen wir jetzt in der Tat einfach mal nach Hause. Ach ja. Für Kommunisten eigentlich ein ziemlich schnuckes Häuschen, oder? Oh, you're back. How did it go? It went great. Well, up until I started. Then, everyone just laughed. As usual. Oh, by the way, some tomatoes should be arriving soon. So, that's something. Oh, you had a call from Matryoshka. Your mother memorized the number. They said you should call them back. Oh, one more thing. You remember that record, The Sandwich March? Yeah? What about it? I've decided that, since I'm a man now, I'm too old for that kind of music. I gave it to the cab driver as a tip. You, you, that was a rare limited edition pressing. It was worth hundreds of dollars. Oh, I see. Huh, really? Well, a man's gotta do what a man's gotta do. And this man just lost hundreds of dollars. Well, I suppose just don't worry about it. And chin up. You were great on TV. Ja, großartig, ne? Also, ich bin gespannt, ob die Tomaten wirklich kommen. Die Mutter müssen wir suchen, damit sie uns die Telefonnummer nochmal sagt und wir nochmal da anrufen können, Matryoshka. Aber ich will mich ganz kurz mal umschauen hier. I'm not allowed to mess around in there. Mom's always saying, the forks go with the forks, not with the daggers, machetes and cleavers. She's such a neat freak. Was ist das denn für ein Haushalt? A gas stove with a slow burner. Ah, ich glaub, das brauchen wir alles später, oder? Okay, das ist alles Küche. Ein Wolltischtuch. Mom adds new flowers to the tablecloth every year. Ach, wie schön. Ist ja liebevoll. Was mit der Lampe? Kellertür. Wir spinnen mal rein. Ist das hier ein Atombunker? Ja, ne? Meine Eltern sind immer noch Angst, dass eine Krieg ausbrechen wird, aber ich kann es nicht vorstellen, mit dem. Unser Land ist es für alle. Ja, bestimmt. Die USA. Mhm. Sehr geil. Wir sind eine moderne Familie, und meine Eltern müssen viele ausländische Telefonen machen, um ihre Arbeit zu machen. Okay, machen können wir nicht viel hier. Ich kann nicht in da schauen. Das ist, wo meine Mutter ihre Chemikalien schafft. Au Backe. The metal floral designs look like the stem of an exotical flower. My parents use a lot of gardening soil, because they're always replanning things around the garden. Okay. Oh, das Fahrrad. Years ago, I made a solemn vow and never again ride a bike. Without training wheels. Those skinned up knees still haunt me to this day. Maschine? Viel zu entdecken hier. My mom is in charge of the laundry, so I'd better ask her if it's done first. Okay. Strange. I don't remember this being locked. Dann müssen wir doch tatsächlich die Moody finden. Tafeln mit Nummern, die gucken wir uns noch an. Ja, lassen wir mal. Da wird nix bei rumkommen. So, ist sie oben vielleicht? Da ist sie. Was haben wir denn alles? A stack of my wrinkled clothes. Mom always does it for me, because she iron so much better than I do. Auch was ne tolle Mama. This is where I assemble my newspaper. The daily worker monthly. Okay. Geht ja wohl wirklich in Kleinstauflage raus, ne? Wenn die noch so hergestellt wird, wie hier zu sehen ist. Die Fotos. Ha, 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 ha. Einfach nur geile Details. Matryoshkanische Fahne. Brauchen wir die? Ich weiß, ich soll mit der Mutti reden, aber... Ja. Bin so neugierig hier. Was ist das? Und, die wirst reisen? Ha, mein Pass. Ach, wie schön. Falls wir den mal brauchen, jetzt haben wir ihn. Sometimes I lie awake in bed, pondering the same question. Is that really the best place to store a bowling ball? Nein. Definitiv nicht. Tollplattensammlung, jawohl. If there is one thing I like, it's music. If there are two things, it's music and pudding. Hier hinten Marx, ne? Okay. Dann... Reden wir mit der Mama. Hi, how was the conference? A nice girl came to hear me speak, and she said she loved it. It turned out she was from... Matryoshka! And she said they'd heard about me there. Do you understand? About me! I also got an envelope from her that was sealed with Matryoshka's coat of arms. Hmm. That must be a very important envelope. Well, it sounds like you had quite the day. A speech and a new friend. Then fragen wir nach dem Anruf hier. Der war ja auch wichtig. Dad said someone called for me. Oh, yes. They were calling from Matryoshka and said you can call them back at 0071234. Oh, and give them the password. Zagrislov. Thanks, Mom. Zagrislov. Wie soll ich mir das denn merken? Uh, can I turn off the washing machine yet? Oh, no, not yet. I'll let you know when it's done. Was ist die Waschmaschine denn eigentlich so wichtig? I need to take care of a few things. Okay, ein Telefon. Meine ich unten gesehen zu haben. Ja. Noch irgendwas? Tech Support. Komm, wir gucken mal. 5, 5, 5, 4, 6, 3, 6. Es interessiert mich einfach. Jim's Electronics Store. This is the Tech Support Hotline. How can I help you? My name is Evan Kowalski. Oh, no. You again. I am really regretting our free tech assistance policy. For anything but at our place of business. So, what would you like to torture me over? I mean, ask me about this time. Äh. Ja, komm, fragen wir gerade mal. I need to place an urgent call to Matryoshka. What do I need to do? The country code for Matryoshka is 0071234. 007, but you need to know the rest of the number. Do you have it? Yes, my mom told me. Great. Then hang up the phone and dial that number instead of mine. Okay, I think I understand. Geil, geil, geil. Well, goodbye then. 5, 5, 5, 3, 2, 5, 3. Nah? Nah. Falcon. Oh? No, this is Evan. Evan Kowalski. I... Ah, Evan. Your parents have the day off. So they should be home. Correct? They sure are. Random person. Good. You can tell them everything's okay. On the farm. The hens are carrying. Kannst du ihnen das erzählen? Oh, ich hoffe, das bedeutet Omelette in der Morgen. Ich werde sicher, sie zu ihnen erzählen. Wer auch, wer du bist. Tschüss. Verabschiedet. Das sagen wir ihm doch gerade mal. Und dann rufen wir den Matryoshka an. Na gut. Hat jetzt auch nicht viel geholfen. Das war die Nummer, ne? Okay. Mhm. 0, 0, 7, 1, 2, 3. Ja, funktioniert halt nicht, ne? Fragen wir nochmal. Okay, aber wie soll ich es denn reparieren? Ich habe ja nicht viel. Wir gucken, gucken wir rein. Ja. Okay, das Signal ist Blumen auf die Fensterbank stellen. Also draußen. Aber wie reparieren wir das Ding denn jetzt? Wir sind Werkzeugschrank. Meint er die hier, ne? Jetzt müssen wir kurz mal überlegen. Okay, gegenwärtig und korrekt. Hier haben wir das auch. Hier auch. Dann lasst uns doch mal gucken. Wir müssen wahrscheinlich. Aus diesen Symbolen hier eine Kombination machen, sodass das hier oben rauskommt. Also der müsste wahrscheinlich hier drauf. Also der müsste wahrscheinlich hier drauf. Der muss mal weg. Check. Am Moment. Am Moment. Die Farbe ist hier auch noch. Ah ja, ich verstehe. Passt auf. Also dann muss der hier drauf. Also dann muss der hier oben rein. Und der da. Check. Das passt. Mit weiß müssen wir eigentlich hier hin. So. Und hier müssen wir. Was müssen wir denn hier. Nicht blind. Hier, das Gelbe stört noch, ne? Nee, das ist falsch. Nee, Gelb war doch richtig. Entschuldigung. Komme ich gerade durcheinander. Blau. Das ist aber nicht korrekt. Ja, machen wir erstmal das rosane Ding. Dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Ah ja, guckt. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es doch gesehen. Blau muss hier hin. So. Und jetzt rosa. Der hier passt. Und hier nehmen wir. Den. Jawohl, ja. Gut. 0, 0, 7, 1, 2, 3, 4. Hallo? Das ist Evan. Passwort. Oh. Oh. Ich wusste doch, dass er irgendeine Sauerei kommt. Um Gottes Willen. Zegreslov. Oder Zegreslav. Zegreseslav. Ich habe gar keins. Riechen das jetzt her. Ja, und wo finde ich es? Nicht in der Küche. Ähm. Schreibtisch. Da ist doch bestimmt eins, oder? Ja. Perfekt. Liste der Abonnenten. Eine Schere kann man immer gebrauchen. Ich weiß nur, dass es ein Pulitzer ist, die in diesem Textein schiebt. Wenn ich es nur trinken könnte, wenn es rauskommt. Okay, dann gehen wir jetzt wieder ans Telefon. Das machen wir noch fertig. Okay. Ich bin zurück. Und ich habe die Bildung, Herr. Ich meine, Officer, Herr. Kommer, Herr. Officer, Herr, Herr, Kommer. Of course. Okay, lass uns das nicht rauskriegen. Das ist nicht ein cheaper Name. Der Lieder hat gehört über Ihre Präsentation. Und erinvite Sie, um zu Matryoshka zu Matryoshka, in Express-Time. Do you accept, Kommerade? Our Attaché will contact you immediately regarding this matter. Do you accept our invitation, Kommerade? Oh, oh my. I am... Äh, kommt da noch was? Nö. Dad, der Telefon ist wieder tot. Geh nach dem Basement und gib dem verdammten Switchboard einen Kick. Äh, äh, äh. Hallo, und wer bist du? Ja, der steckt da fest. Oh nein. Okay, das gibt wahrscheinlich Ärger. Ich hab jetzt nicht unbedingt Lust auf Schimpfe. Deswegen machen wir hier eine Pause und hören uns das beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das Game. Lasst es mich wissen und schreibt was Schönes in die Kommentare. Und schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann, euer Matze. Bis dann, euer Matze.